Hallo und herzlich willkommen zur DIA-Show, heute mal mehr oder weniger, weil Video kann man es nicht nennen, Bewegtbild ist nämlich keins dabei, sondern nur ein Haufen Fotos, müssten ungefähr 10 Stück sein, beziehungsweise 9 Themen, 10 bis vielleicht auch 11 oder 12 Fotos, weiß ich nicht, aber jedenfalls 9 thematisch zusammenhängende Bilderblöcke. Ich kriege nämlich immer mal wieder Post in elektronischer Form, die eben genau sowas liefert, nämlich ein Foto und da drauf ist irgendwas im Walde zu sehen und dann möchte der Einsender gerne wissen und meint auch, falls ich das Bild verwenden möchte, darf ich das gerne tun, was ist das? Und das werden wir jetzt machen, wir schauen uns eben so ein paar dieser Fotos an und rätseln mal ein bisschen rum, was das ist und was es damit auf sich haben könnte. Ich habe jetzt bewusst nicht nur Bilder genommen, wo ich mit Sicherheit weiß, was es ist, sondern da sind auch ein paar Sächlichen dabei, bei denen weiß ich auch nicht so genau, wie man das jetzt interpretieren soll. Das ist mit Unterhaltern schon mal gar nicht so einfach, insbesondere wenn man nicht vor Ort ist und nicht weitere Spurensuche durchführen kann, dann ist das manchmal nicht einfach, wie gesagt. So, und das hier ist Bild Nummer 1, nicht, dass ich die jetzt alle durchnummeriere, aber da irgendwo muss man ja anfangen. Und was wir da sehen, ist vermutlich ein Fichtenstamm, der da vermutlich irgendwo übrig geblieben ist von einem größeren Haufen Fichtenstämme. Und wie man weiterhin sehen kann, hat der keine Rinde mehr und das ist jetzt hier das zweite Bild zur Thematik. Dafür hat er diese komischen weißen Fussel drauf. Ja, und diese weißen Fussel, da darf man sich jetzt die Frage stellen, was zum Geier ist denn das jetzt? Wo kommen die her? Und kann man damit was anfangen? Und tatsächlich kann man damit sogar was anfangen, ein Stück weit, denn was wir hier haben, ist eben ein entrindeter Stamm. Der ist deswegen entrindet, vermutlich nicht, weil er durch die Entrindungsmaschine gegangen ist, beziehungsweise, also wenn man einen Stamm entrindet haben möchte im Wald, dass der entrindet dann da liegt. Da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man wartet, bis die Rinde von alleine abfällt. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2. Man kommt mit einem Entrindungsprozessor, also sprich ein Kran. Der hat einen Prozessorkopf vorne dran, der fürs Entrinden zuständig ist. Und also am langen Greifarm quasi so eine Art hobelartiges Dingens, so ein Raspel-Hobel-Ding. Das fährt die Stämme dadurch und macht dabei die Rinde ab. Das kostet natürlich entsprechend viel Geld, aber Möglichkeit Nummer 3. Das ist sogar noch teurer. Da hat man dann nämlich den stinknormalen Waldarbeiter, Forstwirt, Forstknecht, wenn man noch einen ganz alten Begriff einfach mal kurz nennen möchte. Also bis vor 100 Jahren hießen die noch Forstknecht. Und der hat ein Schäleisen und das ist im Prinzip eine Messerklinge an einem langen Stock. Nur, dass die Messerklinge halt eben im rechten Winkel zum Stock angebracht ist. Und dann kannst du quasi mit einem Schrubber die Messerklinge über das Holz schrubben und damit halt dann die Rinde abschrubben. Das ist ein Entrindungseisen zum Beispiel. Die haben verschiedene Namen, je nachdem wo man sich in Deutschland befindet. Das ist eine Heidenarbeit, habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Danach wird einem sehr, sehr warm und sehr weit ist man noch nicht gekommen. Und das ist also nahezu unbezahlbar, einfach wegen Stundenlohn. Und darum macht das heutzutage eigentlich keiner mehr wirklich freiwillig. Höchstens in Notsituationen, sprich wenn irgendwo ein Baum im Nirgendwo befallen ist mit irgendeiner rindenbrütenden Krankheit. Sei es jetzt der Borkenkäfer, sei es irgendein fieser Pilz, sei es was weiß ich. Und es würde in dieser Situation helfen die Rinde runter zu schaben. Dann kann man das mal bei zwei, drei Stämmen machen. Ist aber dann immer noch eine Heidenarbeit. Insbesondere an Orten, wo man aber gar nicht mit der schweren Technik, also sprich dem Prozessorkran, hinkommt. Da geht das dann möglicherweise. So, zurück zu möglicher Ursache Nummer 1. Nämlich, die Rinde ist von alleine abgefallen. Das wird hier wahrscheinlich der Fall sein. Da nämlich tatsächlich dieser Stamm offenbar relativ kurz, nachdem man ihn dahingelegt hat, von starker Sonneneinstrahlung befallen worden ist. Wenn man das dann befallen nennen möchte. Ja, und die Sonne hat da entsprechend draufgebrutzelt und hat innerhalb kürzester Zeit die Rinde wohl austrocknen lassen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass das hier jetzt so aussieht, wie es aussieht. Teilweise findet man übrigens ganze Holzstapel, die so aussehen und nicht nur einzelne Stämme. Da ist aber das Phänomen dasselbe, dass hier der Austrocknungsprozess sehr, sehr schnell gegangen ist. Die Rinde dann einfach abgefallen ist. Nicht unbedingt da, wo der Stamm jetzt liegt. Vielleicht auch schon woanders oder zumindest größtenteils woanders abgefallen. Und dann wurde der Stamm erst transportiert. Das ist auch häufig der Fall. Und woran kann man das erkennen? Naja, es gibt zumindest mal keine mechanischen Spuren vom Prozessor. Der hinterlässt wirklich so eine Riffelung im Holz. Das sieht man hinterher am Stamm, dass der durch massive Krafteinwirkung, da die Rinde abgeschabt worden ist. Und beim Entrinden mit dem Entrindungseisen, das sieht man nicht wirklich. Aber das wäre nicht in großer Stückzahl zu finden. Das macht man wirklich nur, wenn es mal hier und da ausnahmsweise vonnöten ist. Gibt es so gut wie nie, dass das in großer Menge irgendwo direkt am Holzstapel liegt und so weiter und so fort. Aber ja, ganz ausschließend kann man es nicht. Warum ist jetzt wichtig, dass das Ganze sehr langsam und auf natürlichem Wege abgefallen ist? Ja, ganz einfach. Weil wenn das langsam vor sich hin verrottet, der Stamm, der da liegt, dann sinkt die Holzfeuchte im Holz bzw. insbesondere die unter der Rinde nur sehr, sehr langsam ab. Und dann haben wir meistens so irgendwelche Holzfeuchten bzw. generelle Feuchtelevel so zwischen 15 und 30% Feuchte. Und das ist ideale Bedingung für einen Pilz. Und der Pilz, der kommt dann auch und der zersetzt dann so ziemlich alles, was es da zu zersetzen gibt. Damit wir also diese weißen Fluffelis am Stamm finden können, muss irgendwas verhindert haben, dass da der Zersetzungsprozess schnell ablaufen konnte. Und in dem Fall ist es wahrscheinlich tatsächlich so gewesen, dass der Austrocknungsvorgang so schnell ging, dass eben die Rinde abgefallen ist, aber nicht mehr die notwendige Feuchtigkeit für den Pilz vorhanden war. Und drum ist dieses weiße Zeug noch übrig. So, und das bringt uns zu der Frage, was ist denn das jetzt nun? Ja, das ist das Kambium tatsächlich, das davon noch übrig ist. Ah, das Kambium, wer das noch nicht kennt, das habe ich immer mal wieder erwähnt, das ist die Schicht, die zwischen Holz und Rinde liegt. Also, wo das Holz aufhört, wo keine weitere Schicht Holz mehr kommt, da drauf liegt das Kambium und oberhalb vom Kambium, also da drauf liegend, befindet sich dann auch schon die Rinde. Möglicherweise haben wir es hier mit unserem weißen Wuschel, auch mit einer Mischung aus Kambium plus noch ein paar äußere Rinden, also innere Rindenzellen direkt ans Kambium angrenzend zu tun. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber, warum ist das jetzt interessant? Naja, weil in dieser luxuriösen Situation man diese weißen Flupfies tatsächlich ohne Probleme mit der Hand vom Stamm wegsammeln kann und sich diese dann in den nächsten Kochtopf schmeißen und sich daraus dann so eine Art Nudelsüppchen oder ähnliches zubereiten. Denn für den Survivalisten ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, Kambium ist grundsätzlich essbar. Das sind pluripotente Zellen, das heißt, die können sich in mehrere verschiedene Zellarten aufspalten. Und damit sie das können, sind sie sehr, sehr variabel und sehr gut nährstoffversorgt, soll heißen, in diesen Zellen, das ist für Holzzellen normalerweise nie der Fall, befindet sich tatsächlich frei verfügbarer Zucker, den wir als Mensch tatsächlich dann auch verdauen können. Wenn wir also auf diesen Zellen rumkauen, kommen wir ein bisschen an unseren Zucker. So, jetzt ist das allerdings natürlich kein frisches Kambium mehr, sondern ein bereits ziemlich durchgetrocknetes. Ob und wie viel man da jetzt noch rausziehen kann, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Und das wurde auch nie nennenswert untersucht. Eine Möglichkeit ist, man geht mal hin und zündet das einfach mal an. Das würde ich jetzt gern tun, aber ich bin ja nicht vor Ort. Das ist der Haken bei Fotos. Und wenn das jetzt brennt, recht ordentlich, dann kann man davon ausgehen, dass es auch für uns einen gewissen Brennwert hat. Denn tatsächlich ist ja eben die Angabe für den Brennwert letztendlich das, was wir mit unserer Nahrung machen, sie oxidativ verdauen, letztendlich ja auch nichts anderes, wie auch ein Feuer jetzt irgendwo macht. Nur macht es das halt erheblich schneller und unter Flammenbildung und so weiter und so fort. Ja, aber trotzdem hat etwas einen Brennwert, mit dem es brennen kann. Dann besteht auch eine gewisse Chance, dass es einen Brennwert hat, mit dem wir es verdauen können. Und im Fall von Kambium könnte das dann sogar sein. Ja, das gilt nicht immer. Das ist jetzt nur ein bisschen, nur einfach, damit man mal ein kleines bisschen drüber nachdenkt. Also ich nagele mich auf diese Aussage nicht fest und verallgemeinert die jetzt nicht auf alles. Ihr sollt nicht Heizöl saufen und solche Späße. Aber so mal ganz, ganz grob ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man sich diesbezüglich mal Gedanken gemacht hat. So, also ja, man kann das eben in den Kopf aufschmeißen, man kann es kochen und man kann es dann verzehren und zumindest ein kleines bisschen, ein paar Kalorien, vielleicht 10 bis 20 pro 100 Gramm Trockenmasse, also Kilokalorien, könnte man da möglicherweise rauskriegen. Ja, ist das viel? Nö. Hilft das gegen das Verhungern? Ja, das möglicherweise schon. Kambium wurde früher immer mal wieder gegessen in der Weltgeschichte, immer wenn es sehr strenge Winter gab und man überhaupt nichts Besseres zu futtern gefunden hat. Dann haben sich die Leute daran erinnert, dass man ja vielleicht das Kambium vom Baumstamm tatsächlich kratzen könnte, um da dann noch an ein paar Kalorien ranzukommen. Aber ja, Verzweiflungsnahrung, wenn man kurz vorm Verhungern ist, mehr nicht. Jo, aber in dieser Form ist es zumindest mit sehr geringem Aufwand gewinnbar. Normalerweise, wenn man erst die Rinde runterkratzen muss, das Ganze mit einem Werkzeug vom Stamm ziehen und so weiter und so weiter, kann man sich fragen, ob der Aufwand überhaupt die paar Kalorien, die das bringt, dann wert ist. Allerdings wäre es dann frisches Kambium, was dann möglicherweise wiederum ein paar Kalorien mehr hat. Ja, dazu gibt es einfach zu wenig Daten. Das interessiert die Wissenschaft nicht wirklich und darum kann ich auch nicht mehr zusagen, als das, was ich jetzt getan habe. Solltet ihr jemanden kennen, der zufällig Kambium-Experte und Nährwert von Kambium-Experte ist, dann sagt mal Bescheid, dann kann man uns doch mal kurz schließen. Ansonsten war es das. Oh, und ich habe vergessen zu erwähnen, das Bild war von der Steffi. Herzlichen Dank fürs mir Schicken, fürs Kommentieren und ja, also das Kambium-Bild. Und dieses Bild hier wiederum, das ist vom Toni und das hat er gefunden, vermutlich nach einem Sturmwurf und wollte mal wissen, wie denn solche glattenen Abspaltungen denn hier zustande kommen. Und was wir da haben, ist gar nicht so hundertprozentig einfach zu sagen, was das jetzt für ein Holz ist. Könnte tatsächlich ein Schwarzkiefer sein. Ich bin mir da jetzt nicht ganz, ganz, ganz schlüssig. Also wer was anderes raten möchte anhand von der Rinde, darf es gerne versuchen. Es ist auf jeden Fall ein Nadelbaum, so viel können wir sagen. Und der ist halt eben irgendwie umgeschmissen worden oder zumindest ansatzweise umgeschmissen worden, angeknackt sozusagen. Und dabei muss hier dieser Splitter sozusagen ausgerissen sein. Ja, also zunächst mal, wofür ist das gut? Vielleicht für diejenigen, die eine Anwendung haben wollen. Das ist ganz hervorragend, weil sowas kann man sogar mit einem Taschenmesser unten absägen. Also sofern das Taschenmesser eine Säge hat, Schweizer Taschenmesser, solche Späße. Und dann hat man ein prima Brett. Und dann kann man mit diesem Brett alles Mögliche anstellen. Man kann sein Essen drauflegen. Man kann es benutzen, um sich ein Paddel zu bauen, weil man irgendwo rumpaddeln möchte. Man kann sein Dach damit decken, wenn man da ganz viele von findet und will einen wasserdichten Unterschlupf haben. Und, und, und. Denn, normalerweise hat man draußen mit improvisierten oder mit einfachen Werkzeugen, sage ich jetzt mal, selbst wenn man ein Messersäge und erhaxt hat, die Möglichkeiten, Bretter herzustellen, sind begrenzt. Wenn es doch geht, dann nutzt die Werkzeuge furchtbar intensiv ab. Und damit sind solche natürlich entstehenden Bretter, in Anführungszeichen, wirklich eine ganz, ganz tolle Ressourcenquelle. Und man kann sich freuen, wenn man ein solches findet. Und wo kann man nach sowas suchen? Ja, eben bei einem Sturmwurf. Dabei natürlich beachten, dass man sich nicht in Gefahr begibt. In einem Sturmwurf rumkraxeln kann nicht ganz ungefährlich sein. Insbesondere, wenn noch Spannung auf den liegenden Bäumen herrscht, kann sich diese Spannung irgendwann entladen. Und die erschlägt einen dann möglicherweise. Also nicht die Spannung, sondern der Baum. Und da muss man dann natürlich vorsichtig sein. Ja, wie jetzt im Speziellen genau dieser Absplitterprozess vonstatten gegangen ist, das weiß ich jetzt wieder nicht. Dafür müsste man auch noch ein bisschen mehr von der Umgebung sehen. Dann könnte ich da vielleicht noch etwas mehr zu sagen. Aber als Ressource auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und dann war noch, glaube ich, eine Frage, die da dazu gehört hat. Ist das Kiensparen? Das kann sein, dass wenn der Baum noch lange genug lebende Zellen hatte, um zu versuchen, diese Wunde zu verschließen. Und wir sehen da ja dieses rötliche Holz, was da so leicht speckig glänzt. Da wird mit ziemlicher Sicherheit einiges an Harz eingelagert sein. Und ja, das ist wahrscheinlich Kiensparen. Vielleicht nicht von der aller, aller, allerbesten Qualität. Aber ja, das sollte schon welcher sein. Und auch auf unserem abstehenden Brett, wie ich es ja immer so schön nenne, da sollten wir auch wahrscheinlich noch ein bisschen harzhaltiges, sprich Kiensparenreiches, Kienspaniges, nennen wir es mal so, Holz finden können. Also das ist dann die zweite Verwendungsmöglichkeit für solche gesplitterten Bäume, die da in irgendeiner Form mit dem Sturm umgeschmissen worden sind. Da sind die Chancen, Kiensparen zu finden. Insbesondere eben an der Stelle, wo die eigentliche Splitterung, wo da eigentlich die Verletzung, die hauptsächlich ursächlich fürs Absterben des Baumes gewesen sein kann, stattgefunden hat. Ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen suchen. Das Doofe ist jetzt allerdings, den Kiensparen im Inneren vom Stamm, ja, den man da so schön sieht, den kriegen wir auch wieder mit vertretbarem Aufwand da schlicht und ergreifend nicht raus. Und das Holz ist noch ziemlich feucht. Das kann man auch so ein bisschen an der Farbe erkennen. Das ist also noch nicht sehr lange her, dass hier dieses Spaltungsereignis stattgefunden hat. Und da ist es dann meistens, wenn man jetzt einen Feuerstarter haben möchte, erheblich effizienter irgendwo Birkenrinde einzusammeln oder sich einen schon lange tote Kiefer zum Beispiel zu suchen oder potenziell eine Fichte. Und da diese übliche, wir graben uns Kiensparen aus der Wurzel, bei der Wurzel sozusagen ein Wurzelstück raus und in diesem Wurzelstück finden wir Kiensparen. Das ist so die klassische Vorgehensweise. Oder man nimmt bei umgestürzten, komplett umgestürzten Bäumen irgendwelche Astansätze, schneidet die oder sägt die sich natürlich besser gesagt ab. Und im Astansatz selber, da kann man dann auch häufig noch kleinere Mengen von dem Kienspannzeug finden. Kienspann ist natürlich toll, wenn man es findet und wenn man da Spaß daran hat, das zu sammeln. Klar, das ist so hobbymäßig immer sehr, sehr spannend und sehr lustig. Aber für Survivalzwecke und man will aber schnell was zum Feuermachen haben, da ist man, ich denke mal in 90% der Fälle, schneller an der Birkenrinde dran, als dass man Kienspann findet. Und wenn man keinen Kienspann findet und keine Birkenrinde, dann ist man auch wiederum nochmal schneller an Harz dran, was man dann als Brandbeschleuniger nutzen kann. Und auch da ist Kienspann wahrscheinlich so die letzte der Möglichkeiten, Zunder in der Natur zu finden. Zumal es ja noch viele andere Sachen gibt, die als Zunder funktionieren können. Dann auch noch andere Baumrinden, Kirschrinde beispielsweise brennt ziemlich gut, unter bestimmten Bedingungen. Jo, nächstes Bild. Ja, das hier ist vom Jürgen, vielen Dank. Und da gucke ich mir jetzt seit ein paar Tagen, gucke ich da abends immer drauf, vom Schlafen gehen und grüble, während ich wegpenne, darüber nach, wie das bitte zustande gekommen sein kann. Nee, stimmt natürlich nicht ganz, ich habe schon noch andere Sachen im Kopf. Aber nichtsdestotrotz grübele ich tatsächlich schon seit einer ganzen Weile drüber nach, wie zum Geier das da zustande gekommen ist. Das ist eine Schachtelhalmkiefer, so kann man sie ungefähr nennen. Es gibt natürlich keine Schachtelhalmkiefer. Also hochmysteriös, was das bitte soll. Ich habe zuerst überlegt, ist das ein Specht gewesen? Es kommt hin und wieder vor, dass Spechte tatsächlich ringförmig um den Baum Löcher reinkloppen, weil dann tritt Wasser aus, teilweise zuckerhaltig oder zumindest leicht zuckerhaltig und das lecken die dann auf. Also das hat man schon gesehen, vorzugsweise am Ahorn, manchmal auch an der Birke, an der Kiefer, höchst unwahrscheinlich. Auch hier gehe ich mal wieder davon aus, dass das wahrscheinlich eine Kiefer ist. Ja, dann, was könnte es noch sein? Also das ist es definitiv nicht, nur nochmal, um das klarzustellen. Potenziell könnte hier jemand dreimal ein Draht dran gebunden haben, weil das mal ein Zaun sein sollte, der entlang dieses Baums verlief. Also drei Draht rumgewickelt auf drei Höhen, daher diese drei seltsamen Narben. Den Draht nur sehr kurze Zeit dran gelassen. Der Baum ist ein klein wenig dicker geworden. Der Draht hat in die Rinde eingeschnitten und die obere Rinde ist abgeplatzt. Oder es waren Bänder, das kann auch sein. Dass es gar kein Draht war, sondern mehr so breitere Bänder. Und dann ist obendran eben die Rinde hochgeplatzt. Und dann hat der Baum versucht, mit seinem weiteren dicken Wachstum quasi obendrüber ein Wulst zu bilden und bei dieser Wulstbildung hat sich sehr schnell wieder eingestellt, weil man dann die Bänder, die am Baum festgemacht waren, wieder entfernt hat. Also klingt nicht plausibel. Wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen und das sieht schon sehr, sehr seltsam aus. Und wenn er gerne in den Kommentaren mitreizeln möchte, vielleicht habt ihr noch irgendeine tolle Idee und dann sage ich, Auja, das ist es. Das könnte ja potenziell sein. Wir bilden jetzt einen Think Tank. Das hat man doch früher mal irgendwie benutzt, um zum Beispiel irgendwelche Codes von im Kalten Krieg, Codes der jeweils anderen zu entschlüsseln. Irgendwelche ganzen Haufen von Leuten, die darüber nachgedacht haben, wie man da sowas entschlüsseln könnte, als es noch keine wirklich leistungsfähigen Computer gab und solche Späße. Ja, aber sowas bilden wir jetzt auch und denken mal drüber nach, wie das hier noch zustande gekommen sein kann. Harzgewinnung war noch das dritte, was mir eingefallen ist, dass hier jemand eine ganz seltsame Art und Weise der absichtlichen Verletzung dem Baum zugefügt hat, in der Hoffnung, dass da dann Harz rausläuft und man das Harz dann einsammeln kann, abkratzen und für die eigene Verwendung verwenden. Aber da gibt es viel bessere Methoden, also bei weitem bessere Methoden, wie man den Baum gezielt verletzen kann zur Harzgewinnung. Und daher ist das entweder ein Trottel gewesen, um es mal deutlich zu sagen, der auf diesem Wege an Harz kommen wollte, oder ja, keine Ahnung. Und die vierte Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist, es war ein Geschlechtsgenosse mit einem Messer, der der Meinung war, oh, ich habe ein Messer, jetzt kann ich damit schneiden. Da ist ein Baum, das mache ich jetzt mal. Also einfach aus blinder Zerstörungswut und weil man es kann. Das ist ja häufig Erklärung für verschiedene Dinge, wie zum Beispiel auch für die Frage, warum habe ich immer einen Hut auf? Ja, weil ich es kann. So, nächstes Bild. Aber nochmal, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch irgendeine Idee zu habt. So, das hier ist ein trauriger Birkenstamm. Der steht sogar in einem Aporetum, also nicht mal in einem richtigen Wald, sondern tatsächlich da, wo man nun wirklich beim besten Willen keine Birkenrinde sammeln sollte, hat aber trotzdem jemand getan. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht unsere heimische Birke, sondern eine Papierbirke. Aber tut nichts zur Sache. Was ich hier einfach mal ansprechen wollte, Bild ist übrigens von, ich glaube, meiner Frau. Und ja, was ich hier mal ansprechen wollte, war, wie sieht es aus, wenn man es mit einem Birkenrinde sammeln übertrieben hat. Ich habe ja hier und da mal versucht, ganz vorsichtig zu erwähnen. Nicht zu oft, weil das ist ja auch was, was man wirklich nur vorsichtig und unter verdeckter Hand sagen sollte. Es gibt eine Möglichkeit, von einer lebenden, stehenden Birke ein kleines bisschen Birkenrinde zu entnehmen, ohne gleich die Birke kaputt zu machen. Tatsächlich sogar so, dass man also wirklich den Baum nahezu überhaupt gar nicht schädigt. Fast nahezu überhaupt gar nicht. Ein kleines bisschen Schaden ist es immer, weil man reißt immer noch ein Stückchen von der noch benötigten Birkenrinde mit ab, aber häufig steht auch welche schon ab und fasert von alleine ab und die kann man dann einsammeln, solange man eben nicht einen riesen Fetzen abreißt. So wie hier in der Bildmitte geschehen, links möglicherweise noch mit dem Messer eingeschnitten und dann nach rechts weggerissen und zwar riesen Fetzen. Insbesondere im oberen Bereich, wo die Rinde unten drunter so rötlich ist mit den weißen Streifen. Die weißen Streifen sind Lentizelle, nur damit ich es gesagt habe. Da hat man es wohl geschafft, ein wirklich schönes, großes Stück Birkenrinde abzureißen, was dann wahrscheinlich einmal um den Baum ging und dann sehen wir es ja links von der roten Stelle. Da ist es dann irgendwann zerfleddert, als es dann wieder in Richtung der tollen Arbe, die man da mit dem Messer beigefügt hat, ging. Also das ist so falsch, wie man es nur machen kann. Ja, also wenn wirklich Hände, Spirkenrinde sammeln am noch lebenden Baum, dann nur die ohne jeden Werkzeugeinsatz, nicht mal mit einem Schuhlöffel darfst du da rangehen, gänzlich ohne Werkzeug, nur mit der Hand, mit den Fingerspitzen, die einzelnen feinen Pflaumfasern, die da abstehen. Die kann man sich mitnehmen. Das macht nichts. Aber das da ist eine Katastrophe und derjenige, der das gemacht hat, gehört natürlich gebatscht. Links und rechts und oben und unten und das mehrfach, weil das ist erstens dämlich und zweitens unverantwortlich und drittens wird das der Baum möglicherweise sogar noch überleben, aber jedenfalls nicht mehr eine normale Birkenrinde ausbilden. und dazu haben wir nämlich noch ein wunderbares zweites Bild, ebenfalls von meiner Frau, wo man dann sehen kann, was eben passiert, wenn man viel zu radikal einen Streifen Birkenrinde entnimmt. Genau, das ist nämlich hier dieses Bild und da können wir sehen, da hat man der Birke ebenfalls einen riesen Pflatzen Rinde rausgerissen und wahrscheinlich runter bis fast aufs Kambium. Was das Kambium ist, haben wir ja schon gelernt. Was das Kambium tut, habe ich noch vergessen zu sagen, nämlich das Kambium gibt nach außen neue Rindenzellen ab und nach innen neue Holzzellen, drückt sich damit sozusagen selbst nach außen, weil der Baum dicker wird und einem an Holz zulegt. Und gleichzeitig regeneriert das Kambium alle Risse und alle Schäden, die an der Rinde so auftreten, indem es dann einfach eine neue Rindenzelle hinterher schiebt, wenn außen eine abstirbt. Das ist insbesondere bei Bäumen, die eine langfristig belebte Rinde haben, wichtig, beispielsweise eben unsere Birke oder auch bei der Buche oder bei der Hainbuche oder bei dem Ahorn, bei fast allen Ahornarten meines Wissens ist das der Fall. So, und hier haben wir es jetzt damit zu tun, dass die Birke quasi nach dieser massiven Verletzung ihrer Rinde, dass das Kambium darunter auch nicht mehr in der Lage war, eine neue vollständige, weil rundum fehlend, dann geht das auch nicht mehr, eine neue vollständige Birkenrinde zu bilden, sondern ist auf die Altersrinde der Birke zurückgegriffen. Birken haben in ihrer DNA den Code drin für, wenn ich alt werde und mein Stamm sehr dick geworden ist und ich jetzt in einem schattigen Wald stehe, muss man kurz noch erwähnen, die weiße Farbe ist dafür da, dass die Birkenrinde keinen Sonnenbrand bekommt, unter anderem, die hat noch diverse Funktionen und drum kann die Birke auch mitten in der Sonne stehen und kriegt keine Probleme durch UV-Strahlung auf den Stamm. Und ist der Baum nun alt geworden, dann hat er meistens auch keine Probleme mehr durch UV-Strahlung auf den Stamm, weil um ihn herum garantiert noch neue Bäume gewachsen sein werden, davon gehe ich mal zumindest aus, und unter normalen Waldbedingungen, das ist ja wie gesagt ein Aboretumsbaum. Aber dann braucht er diese weiße Farbe nicht mehr unbedingt und jede Menge von dieser weißen Rinde zu produzieren würde auch sehr teuer werden und weil der Baum sozusagen in Anführungszeichen weiß oder vielleicht weiß er es auch nicht, das können wir jetzt nennen, wie wir es wollen, aber trotzdem die DNA ihm zumindest sagt, dass er keine weiße Rinde mehr braucht, fängt er dann an, diese Ersatzrinde allerdings in einer noch knorrigeren und meistens noch rissigeren Form als das, was wir jetzt hier sehen können, auszubilden, die dann nach und nach die langsam absterbende und langsam abfallende weiße Rinde ersetzt, weil sie einfach alt geworden ist und dann eine Altersschwäche sozusagen abfällt, absterbt, verloren geht in irgendeiner Form. Und das ist ganz spannend, dass hier also eben diese Altersrinde auch als Notrinde, als Notwundverschluss verwendet wird, denn die weiße Rinde, das Zeug, was da drin ist, was übrigens auch gut brennt, das Betulie nennt sich das, das ist halt eben das, was relativ teuer ist, das muss erstmal hergestellt werden von der Wirke und schnell geht das nicht und drum eben im regulären Wachstum des Baums, die kleinen Mengen, die man da braucht, für die wenigen Millimeter, die man jedes Jahr an Durchmesser zulegt, das funktioniert. Was aber eben nicht funktioniert, ist einmal einen kompletten Ring davon, schnell nachbilden und dann ist diese billigere, kein Betulin enthaltene, raue Borke eigentlich, genau genommen ist das keine Rinde, sondern eine Borke, aus totem Material, aus korkartigem Material, ist dann ein prima Wundverschluss und hat hier auch gereicht, dass unsere Birke da noch lebt. Schön wäre es natürlich trotzdem gewesen, wenn sie das gar nicht hätte machen müssen. Es kann nämlich auch ganz schnell passieren, gerade wenn man den Baum rund umringelt, nennt man das, also die Rinde, beziehungsweise das Kambium, einmal rund um den Baum beschädigt, dann gehen die auch sehr, sehr schnell ein, das ist so die sicherste Methode, mal abgesehen von Wurzelverletzungen, irgendwie mit Gift und Ähnlichem zu arbeiten, ist das so die sicherste Methode, um den Baum auch tot zu bekommen, einmal ringsum die Rinde entfernen und dann sieht's düster aus. Also so gesehen spricht das für die Vitalität dieser Birke, dass sie das auch nochmal überlebt hat. Jo, das sind also so häufig zu sehende, das habt ihr garantiert auch schon mal gesehen, so ein Bild mit Sicherheit, häufig anzutreffende Bilder, gerade bei wegnahen Birken, wo halt irgendjemand zwar mitbekommen hat, dass Birkenrinde brennt, aber nicht kapiert hat, wie man die baumscholend sammeln kann. Also auch hier sollte man so einen erwischen, darf man natürlich selbstverständlich nicht, aber mental links eine Watsch, rechts eine Watsch und oben und unten, wer mag. So, und das hier ist ein Bild vom Tobias, glaube ich. Ja, müsste der Tobias gewesen sein und der möchte gerne wissen, ob das schon zu viel Efeu ist. Wer das Ganze einigermaßen gut sehen kann, erkennt da vielleicht auch noch so schwarze Beeren im Efeu, wenn nicht, ich hab da jetzt was zu tun, während ich quatsche, schwarze Beeren zu suchen. Ähm, der hat nur alle zwei bis drei Jahre überhaupt mal Früchte, so ein Efeu und auch nur dann, wenn er sehr, sehr groß geworden ist, das ist hier ja ein durchaus großer, der daher auch fruktifiziert und diese schwarzen Beeren im Efeu, das sind dann tatsächlich Efeu-Beeren, wenn man sie so nennen möchte, so darf man sie nennen, weil das sind sie, ne? Höhöhö. Und die sollte man nicht essen, die sind nämlich giftig und nein, es gibt auch keine wirkliche Survival-Anwendung für die Teile. Theoretisch ist Efeu ein prima Hustensaft, aber da muss man wissen, wie viel Wirkstoff man auf wie viel anderen Wirkstoff und so weiter und so fort verwendet. Das heißt, das kann man nur, wenn man ein Labor hat und eine messtechnische Methode, um festzustellen, wie viel man hier eigentlich gerade verarbeitet, manchmal einfach so Efeu-Beeren, dann ist das nicht gerade besonders bekömmlich. Im Gegenteil, die können schon ganz ordentlich für ganz schön Klabustammern führen. Ist Klabustammern eine anerkannte Bezeichnung für Magengrummeln? Weiß ich gar nicht. Jetzt schon. So, und ansonsten wollen wir bei diesem Bild vielleicht noch kurz die Frage klären, ist das zu viel Efeu? Naja, in Anbetracht dessen, dass wir da oben ja schon sehen können, dass da jede Menge tote Äste zu sehen sind und nicht wirklich irgendein Teil der Glaubkrone, die noch dem eigentlichen Baum zuzuordnen ist, der hier unterm Efeu steckt, ja, das ist zu viel Efeu. Und auch ein ganz beliebtes Thema, eine Frage, die immer mal wieder kommt, wie schädlich ist nun Efeu? Ist Efeu überhaupt schädlich? Und so weiter. Wenig Efeu, nein. Viel Efeu, irgendwann ja. Warum? Naja, weil der wächst halt auch in die Krone rein, wie man hier sehen kann, ja. Er setzt teilweise auch zumindest den inneren Bereich der regulären Krone eines Baumes. und also wenn er wirklich ganz, ganz toll wächst. Das ist eher selten, so ein Anblick. Eher selten. Habt ihr aber auch bestimmt schon mal gesehen. Und das führt dazu, dass der Baum, wenn er dann erstens mal im Winter seine Blätter verliert, was der Efeu ja nicht tut, der ist ja immer grün, im nächsten Frühjahr versucht, neues Laub zu bilden und blöderweise ist dann aber unter sämtlichen, übersämtlichen Laub, was er unterhalb des Schattens der Efeu-Blätter bilden möchte, ja schon Schatten, wo eigentlich kein Schatten sein sollte, weil noch nicht mal ein anderer Konkurrenzbaum nebendran steht, sondern einfach bloß der blöde Efeu, der bei ihm innen drin hängt, ihm eben Licht wegnimmt für die eigenen Blätter und Platz wegnimmt für die eigenen Blätter. Und auf diesem Wege, ohne jetzt den Baum wirklich aktiv zu schädigen, im Sinne von ihm aktiven Schaden kaputt zu machen, also wirklich mit der Wurzel einzudringen, aktiv Nährstoffe abzusaugen, aktiv Wasser abzusaugen, macht der Efeu alles nicht. Aber eben allein durch diese Schattwirkung ist er dann ein gewisser Schaden ab einer gewissen Größe. Und dann kommt noch erschwerend dazu, das ist hier ja ein Laubbaum, wahrscheinlich ein Ahorn, könnte ich mir vorstellen, aber muss nicht zwingend so sein, ist immer schwer zu sagen. Und wenn der jetzt im Winter dasteht, ja und dann ist er gar nicht kahl, weil er ja mit dem immergrünen Efeu jetzt auch im Winter eine Krone hat. So und jetzt kommt ein Wintersturm und alle anderen Laubbäume sagen sich, hapü, ich habe ja keine Krone, bei mir pfeift der Wind einfach nur so durch und mir passiert nichts. Und der Baum hat halt leider doch eine Krone und damit einen entsprechend hohen Windwiderstand, dann ist die Chance, dass durch den Efeu so ein alter Baum dann auch durchaus mal umgeschmissen wird, im Winter recht hoch. Also das ist so Efeu-Schädigungsgrund Nummer 2 beziehungsweise Efeu-Problem Nummer 2, das relativ häufig bei alten, dicken Efeus auftreten kann. Es gibt aber durchaus trotzdem in der Forstwelt einen gewissen Streit, soll man dann so ein Efeu unten durchschneiden, also da schneidet man einfach aus den einzelnen Efeusträngen jeweils so einen Zentimeter raus, einen Schnitt oben, einen Schnitt unten, zack, der Efeu ist weg, der Efeu stirbt ab, weil er kein Wasser mehr transportieren kann, das ist auch relativ sicher, dass der dann auch wirklich absterben wird. Man muss halt nur einmal wirklich durch jeden Efeustramm durch, kostet viel Geld, ist eine relativ mühsame Maßnahme, kann den Altbaum gegebenenfalls retten, hängt davon ab, wie wertvoll der Altbaum ist und je nach Förster beziehungsweise Baumliebhaber ist auch der Efeu eine schützenswerte und schöne Pflanze und daher macht man den Efeu nicht kaputt, weil der Efeu will ja auch eine Daseinsberechtigung haben beziehungsweise hat eine Daseinsberechtigung und dann gibt es also auch ein Lobby für den Efeu sozusagen. Und dass ein alter Baum mal irgendwann stirbt, sei es mit Efeu, sei es ohne Efeu, ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess. Also überlasse ich euch, ob ihr Efeu jetzt mögt oder nicht, das sind jedenfalls die Fakten. So, weiter geht's mit einem Bild vom Heiko, der hat das da am Parkplatz gefunden und meint dazu, das wächst wie Sau oder irgendwie sowas in die Richtung hat er gemeint. Genau, ein Wortlaut weiß ich nicht mehr, ob das nicht vielleicht invasiv wäre und tatsächlich ist es das vermutlich, wobei das für Deutschland noch nicht abschließend geklärt ist, ist allerdings ein besonders schnelles und bekanntermaßen flott reagierendes Volk, nämlich die Schweizer. Die war in dem Fall schneller als wir und haben ihn bereits auf die schwarze Liste der invasiven, gebietsfremden Arten gepackt. Das heißt, das Ding soll bekämpft werden, das ist auch gut und richtig so, weil in der Schweiz ist er definitiv invasiv, inwieweit er es bei uns ist, das ist eben die Frage, was ist das jetzt überhaupt? Das ist der Essigbaum. Oh, das kann man sich vielleicht ganz gut merken. Der ist ein beliebter Zierbaum im Garten beziehungsweise Zierstrauch, je nachdem wie man möchte, weil die Blätter färben sich im Verlauf des Herbst richtig karmesinrot, sieht sehr, sehr schön aus. Auch der Blütenstand ist durchaus hübsch anzusehen, wenn das Ding dann blüht und in Ziergärten und zu Zierzwecken ist das durchaus, also eine gerade bei Landschaftsgärtnern auch nach wie vor durchaus nicht ganz unbeliebte Art. Vielleicht spielt das auch mit eine Rolle, dass er bei uns noch nicht so 100% invasiv angesehen ist, weil es halt auch durchaus Freunde dieser Pflanze gibt. Aber Problem, er breitet sich halt doch derzeit ganz ordentlich aus. Die Schweiz meint dazu, dass Hauptursachen der Ausbreitung einfach daran liegen, dass er recht toll wächst auf, ich zitiere, Pionierlebensräumen, städtisches Ödland, Deponien, Schutthalden und Straßenränder. Das ist typisch für viele, viele potenziell invasive Arten. Die Robinie macht das ja so ähnlich, kommt über solche Standorte quasi an und verbreitet sich dann aggressiv auch gegen andere heimische Arten und verdrängt diese dann auch. Und das ist eben der Knackpunkt. Ist der Essigbaum, zumindest jetzt in Deutschland, in der Schweiz ist es ja klar, aber ist er in der Lage, andere heimische Arten auch zu verdrängen oder besiedelt er bloß Pionierlebensräume, also sprich neu entstandenes Land, das bisher noch keiner haben wollte. Also typischerweise irgendein Schutthaufen mit Bauschutt. Und damit wäre übrigens auch schon geklärt, wie kommt denn der Essigbaum von A nach B, warum breitet der sich so schön aus? Ja eben, weil durchaus der Mensch das Ganze begünstigt hat in Form von Gartenabfällen, die in die Natur geschmissen werden. Da sind dann Essigbaumsamen drin, Verschleppung kontaminierten Erdmaterials, heißt besagter Bauschutt, wo dann auch eben der Baum schon mal dran stand und dann hat man im Bauschutt irgendwo im Wald gekippt und jetzt ist er auch im Wald angekommen und kann sich über den Bauschutt möglicherweise ausbreiten oder halt eben auch nicht im Wald, auch potenziell auf Wiesen, trockeneren Wiesengebieten, Strauchlandschaften, sowas in die Richtung, da kann man mit dem durchaus rechnen. Es kann sich auch tatsächlich in Samen, in Fahrzeugreifen und Schuhsohlen verfangen. Die Samen sind sehr, sehr klein. Und was auch noch häufig tatsächlich auftritt, ist eine Vermehrung durch nicht angepasste Verkämpfungsmaßnahmen, soll heißen, wenn man das Ding einfach fällt, insbesondere ein größeres Exemplar, also mit der Axt umhacken, fertig, gut, es geht mal nach Hause, denkt sich nichts Böses dabei, dann treibt der wieder aus durch Stockaufschlag und man denkt ja, man hätte ihn entfernt, das ist gerade dann bei öffentlichen Entfernungsaktionen, also soll heißen, die städtische Gärtnertruppe, sagen wir mal, ist vorbeigekommen und hat alles platt gemacht und denkt, jetzt sie ist fertig und geht nach Hause und kommt da fünf Jahre nicht vorbei und bis dahin steht da wieder ein neuer Essigbaum und hat sich verbreitet und vermehrt, einfach schlicht und ergreifend durch Samen. Also das heißt, da allein ist ja schon ein gewisser Schaden gegeben, wenn der einheimische Arten vertreibt, dann zählt er als invasiv und dann will man ihn eben auch nicht haben und möchte ihn gerne bekämpfen, siehe Schweiz. Und außerdem hat er noch ein weiteres Problem, beziehungsweise bringt ein weiteres Problem mit sich, das Zeug ist nämlich leicht giftig, Betonung auf leicht, wirklich umbringen kann man sich damit nicht, aber gerade wenn man versucht, ihn wieder loszuwerden, jetzt als Gärtner oder als radikaler Waldbesucher, der der Meinung ist, oh invasiv, das muss weg, dann schnibbelt man dran rum und dann tritt da ein weißer Milchsaft aus und diesen weißen Milchsaft, den sollte man jetzt nicht unbedingt mit Milchshake verwechseln, in größeren Mengen kann der bei oraler Aufnahme dann nämlich ordentlich Übelkeit und Erbrechen und so ein Zeugs verursachen und außerdem möchte man ihm auch Möglichkeit, auch bitte gar nicht erst auf die Haut kriegen, weil je nachdem, wie empfindlich man da ist, gibt das dann auch einen wunderbaren Ausschlag, sonstige Reizungen und alles Mögliche, was keinen Spaß macht. Also das darf man da auf jeden Fall auch nicht vergessen und sollte das auf jeden Fall im Hintergrund behalten. So, ich habe euch im Verlauf dieses Beitrags vielleicht auch das eine oder andere Bild eingeblendet, einfach damit man den Dingericht dann auch besser erkennen kann, ist eigentlich relativ simpel und kaum mit was anderem zu verwechseln, eben aufgrund dieser wirklich riesigen Fiederblätter mit den extrem vielen Blättchen dran, ist das sehr einfach zu bestimmen, das Ding. Und gerade wenn man es dann im Straßengraben am Ende vom Parkplatz, wie hier auf dem Hauptfoto zu sehen ist, ja, da kann man sich dann ziemlich sicher sein, mit was man es zu tun hat. Und hier haben wir es dann jetzt mit einem schönen Bild von Christian zu tun. Hatte man nicht schon mal einen Christian? Christians sind durchaus häufiger vertreten, um das jetzt in irgendeiner Form böse zu meinen. Jedenfalls, da oben ist ein Loch im Baum und von dem Loch sieht es irgendwie so aus, als würde hier so eine, ja nennen wir es beim Namen, eine Kackspur dem Baum herunterfließen und voraussichtlich ist es auch genau das, wie es aussieht und auch genau die Ursache, nach der es aussieht. Tatsächlich könnte sich aus diesem Loch in regelmäßigen Abständen ein Hinterteil herausbewegen, das dann da eben entsprechend eine, ja, eine Spur hinterlässt. So, jetzt meint man ja im ersten Moment, dass seine Spechthöhle, das war auch garantiert mal eine Spechthöhle, allerdings würde ich aufgrund der Bremsspur hier vermuten wollen, dass sich dann vielleicht doch möglicherweise hier eher ein Untermieter drin befindet. Denn normalerweise ist es so, dass Spechte sehr wohl ordentlich aufräumen, wenn ihre Küken entsprechend ein kleines Paketchen produziert haben, mit Abfällen sozusagen, dann ist das dankenswerterweise in einer praktischen dünnen Haut eingepackt und kann vom Altvogel schlicht und ergreifend in den Schnabel genommen werden und recht einfach aus der Höhle transportiert und irgendwo entsorgt werden. Teilweise fressen sie es auch wieder auf, soll auch schon vorgekommen sein, aber meistens wird es irgendwo fachgerecht entsorgt und das hält die Höhle sauber und verhindert ja genau das, was wir hier gerade sehen können. So, jetzt ist es ja außerdem noch so, dass Vögel ja grundsätzlich gerne nicht unbedingt diese Farbe hinterlassen, sondern jeder hatte ja schon mal einen Vogelhäufen, einen Vogeldreck auf der Windschutzscheibe, wenn man Auto gefahren ist und da weiß man, das sieht meistens alles Mögliche aus, aber eher so schwarz-weiß in diese Kategorie und weniger so diese klassische braune Bremsspur hier. Und darum ist anzunehmen, dass wir es hier tatsächlich mit einer erst seit kurzem von wem anders bewohnten Höhle zu tun haben und wer zieht denn so gerne in solche Höhlen ein, also so grundsätzlich mal potenziell auch hin und wieder selten, aber kommt vor, das Eichhörnchen. Dann kann das mal durchaus sein, dass da auch ein Marder einzieht, das würde in diesem Fall durchaus an die nähere Auswahl auch kommen, meiner Meinung nach. Bilche machen das manchmal ganz gerne. Was ist ein Bilch? Der Siebenschläfer, der Gartenschläfer und die Haselmaus, das sind unsere drei Bilche. Die nehmen solche Höhlen ganz gerne an und dann eben, wie gesagt, noch diverse Vögel. Aber Vögel wollen wir ja ausschließen aufgrund eben der Beschaffenheit dieser Hinterlassenschaft. Und tatsächlich wäre es dann bei Mardern, beziehungsweise bei, ja, ein Stück weit auch eben bei Bilchen, wobei ich das da noch nie gesehen habe, aber bei Mardern wäre es schon vorstellbar, dass die wirklich kurz das Hinterteil nach außen bewegen, um sich eben die Höhle nicht allzu sehr vollzustänkern. Und das sieht dann entsprechend so aus, wie es hier aussieht. Da ein Mardern Raubtier ist, produziert er auch von der Farbe her etwa das, was dem, was hier hängt, ganz nahe kommen dürfte. Was allerdings mich erst ein bisschen stutzig gemacht hat bei dem Bild, ist, wenn wir uns die Höhle mal genauer angucken, dann sehen wir, die hat dann noch so einen abgemeißelten Rand. Also links und rechts neben dem Loch sieht es so aus, als hätte man versucht, die Höhle noch ein bisschen zu erweitern. Und tatsächlich ist das eine Höhlenpflegemaßnahme, wenn eine Spechthöhle nämlich schon länger bewohnt ist, insbesondere von Spechten, also nur von Spechten. Dann neigt der Spech dazu, irgendwann mal auf die Idee zu kommen, den außen, den Rand seiner Höhle noch mal ein bisschen mit dem Schnabel zu bearbeiten, weil der Baum lebt noch und der lässt sich ja nicht gefallen, dass da einfach ein Loch so in seiner Rinde drin ist. Darum versucht er, dieses Loch wieder zuzuwachsen, zu überwallen. Dazu sehen wir gleich noch ein Bild. Also ein ganz anderes, aber der Überwallungsvorgang ist da schön zu sehen. Und das möchte der Spechth dann wiederum nicht, dass das Loch zuwächst. Und daher wird der Spechth dann eben mit dem Schnabel dafür sorgen, den Wall, der da sich bilden möchte, wieder zurückzutreiben. Und dann ist das sozusagen so ein kleiner Kampf. Wer wächst schneller? Der Baum oder eben, oder wer meißelt schneller? Je nachdem. Oder halt eben der Specht, der versucht, den Überwallungsprozess wieder rückgängig zu machen. Ja, also das können wir da sehen. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da drin wohnt. Und vielleicht interpretiere ich auch die Bremsspur irgendwie falsch. Aber ja, wenn es jemand besser weiß, zufällig, oder eine andere tolle Idee hat, wer da drin wohnen könnte, und ob das tatsächlich auch das ist, was wir alle auf den ersten Blick vermutet haben, oder ein gutes Argument hat, warum es das nicht sein könnte, dann gerne her damit und ab in die Kommentare. Ja, von der Anna stammt dann dieses schöne Foto von einem wirklich ganz besonderen, sich langsam im Zersetzungsprozess befindlichen Buchenstamm. Da kann man hier jetzt auch schön erkennen, um welches Holz es sich handelt. Und der hat jetzt gleich mehrere Besonderheiten. Erstens mal ist er ein Stück weit hohl. Das ist gar nicht so besonders, sondern das ist durchaus der übliche Zersetzungsprozess. Wenn nämlich ein Stamm noch steht, und er ist bereits vom Pilz befallen, dann wird er fast immer von innen nach außen ausgehöhlt. Das liegt einfach daran, dass das älteste Holz immer das innen drin ist. Jeder hat schon mal einen Baum gesehen, an dem die Jahrringe beschriftet waren. Und dann stand da, hier ist Jahrring 1800 Ungrad, da kam Napoleon vorbei, hier 1700 noch was, da wurde Napoleon geboren, und was weiß ich. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls, das älteste Holz ist immer in der Mitte, und das älteste Holz ist halt nun mal alt. Und damit ist es dann auch am längsten, ja, den verschiedenen Einflussfaktoren, die ihm schaden wollen, ausgesetzt. Und das weiß eben auch der Pilz, der sich in den Baum begeben hat, der versucht sich also nach innen vorzuarbeiten, was in diesem Fall recht einfach gelungen sein dürfte. Da wir nämlich oben rechts, also so auf circa 14 Uhr, auch wenn es eine Uhr wäre, haben wir nämlich eine wunderbare Versetzung, die dem Baum mal zugefügt worden ist, die ja inzwischen wieder verheilt, also zugewachsen hat, aber durch das ist wahrscheinlich der Pilz reingekommen, und hat dann eben im Inneren des Stamms gewütet. Denn das Holz ist nicht nur alt, sondern es ist auch wehrlos, denn um Energie zu sparen, versorgt der Baum immer nur die äußersten Schichten der Rinde, mit Abwehrstoffen, grob gesagt. Das innere Holz lässt er irgendwann vollständig absterben, und kommt da auch nicht mehr hin, einfach um Energie zu sparen, und hofft eben, dass dadurch, dass die äußere Holzschicht ja noch verteidigt wird sozusagen, da niemand durchkommen kann ins innere Holz. Ist dann trotzdem mal etwas ins innere Holz eingedrungen, ist das fast immer ein Todesurteil, mal früher, mal später, mal in 100 Jahren, mal in 50 Jahren, aber das bringt, oder auch bei allen Dingen auch in 200 Jahren, aber früher oder später bringt das den Baum dann um. So auch hier geschehen, beziehungsweise es war natürlich die Motorsäge erstmal konkret, aber der wäre auch ansonsten relativ bald hingewiesen. Also das hat man hier nur ein klein wenig beschleunigt. So, gehen wir mal zu der Verletzung auf 14 Uhr. Auf die nochmal ein. Das ist also das, was ich jetzt eben schon gesagt habe, eine Überwallung. Ein ähnlicher Prozess setzt ein bei der Spechthöhle, um zu versuchen, die Spechthöhle zu verschließen. Hier muss das aber eine sehr, sehr lange Narbe gewesen sein, und wir können, wenn wir uns diese beiden Knubbelchen, also auf, ich sag mal, 13.30 Uhr und auf 14.50 Uhr, sowas um den Dreh, diese beiden Knubbelchen, die denken wir uns jetzt mal weg. Und sobald wir das getan haben, sehen wir, dass der Stamm so aussieht, als sei der wirklich aufgesplittert worden. Und da muss ein riesen Riss gewesen sein. Und in diesen Riss hinein sind jetzt eben diese beiden Polypenharme da, die Knubbelchen reingewachsen, um eben den Riss wieder zu schließen. Das kann man auch an der Jahrringstruktur, wer da ein bisschen ranzoomen kann oder an einem entsprechenden Bildschirm hat, ganz gut erkennen. Moment mal, ich kann ja selber ranzoomen. Ja, und da sehen wir jetzt eben, dass tatsächlich eben auch die Jahrringstruktur wunderbar eben in diesem Überwallungsprozess zu sehen ist. Nämlich sieht man besonders beim oberen Überwallungsdingens ganz gut, um überhaupt das Ganze zuzubekommen. Musste die Jahrringstruktur, musste der Wall quasi, erst mal die Jahrringe, Richtung Verletzung zeigen. Das heißt, der Baum ist nach und nach, hat da sehr kleine Jahrringchen gemacht, hat immer mehr sich versucht zu orientieren, mit der breiteren Teilen der Jahrringe, also in der Mitte sehr, sehr dünne Jahrringe, und außen dann immer breiter werdend, eben um überhaupt eine Kurve wachsen zu können. Ausgehend vom Rand der Verletzung, die Kurve hinzukriegen, um dann senkrecht zur Verletzung, also rechtwinklig zur Verletzung, überhaupt richtig das Ganze effizient zuwachsen zu können. Und dann werden die Jahrringe nämlich auch wieder breiter, wenn es dann in die richtige Richtung geht, und ein Zuwachsen schnell zu erreichen ist. Ein ähnliches Phänomen können wir eben auch auf der anderen Seite sehen, also beim unteren Bobbel, der das Ganze dazu gewachsen hat, auch da, auch mit diesem Riss im Holz, kann man das schön erkennen. Also es ist ein selten tolles Bild, um mal zu sehen, wie eine Überwallung funktioniert, kann man da wirklich ganz toll sehen, wie das Holz sich da drum herum gewachsen hat, und dann erst richtig zu. Und dass sich so eine große Verletzung überhaupt schließt, das ist auch schon mal ziemlich bemerkenswert, und tritt in dieser Art und Weise eigentlich auch eher selten auf. Meistens bleibt das offen, bis der Baum das Zeitliche segnet, und reicht gar nicht mehr zum Schließen. Ah, und was wir auch noch sehen können, die beiden Überwallungsbobbeles, die können nicht miteinander verschmelzen. Das sind zwei unterschiedliche Partikelteile vom Holz, die können beliebig dicht miteinander abschließen, ja, die können sich richtig dicht aneinander dran quetschen, aber es ist nicht möglich, holzanatomisch, dass die wieder zu einem und demselben Holzkörper verschmelzen. Da wird immer ein mikroskopisch kleiner, mindestens mikroskopisch kleiner, bis hin zu deutlich sichtbarer, Riss zwischen den beiden Überwallungsbobbeles übrig bleiben, durch den potenziell zumindest mal ein Bakterium oder ein Virus immer noch ins Innere des Baums gelangen kann, weil, wie gesagt, ganz, ganz dicht geht das nicht mehr. So, und das Nächste, was wir hier auch noch sehen können, dann soll das an der Stelle auch genug sein, ist auf etwa 15, ne Quatsch, auf etwa 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr, sowas um den Dreh, dieser gelbe Fleck, das ist tatsächlich ein sogenannter Weißfäulepilz. Warum heißt der so? Naja, weil es Holzweiß wird. Warum wird das Holzweiß? Weil Lignin abgebaut wird. Also Holz besteht ja aus zwei Komponenten im Wesentlichen, nämlich einmal Zellulose, die ist hell von der Farbgebung her, die ist nahezu weiß farblos, und Lignin. Lignin ist braun, bräunlich, verschiedene Arten von Brauntönen, manchmal sogar so ganz leicht rötlich, das kommt immer so ein bisschen drauf an, woraus sich das konkret zusammensetzt. So, und nur Pilze sind überhaupt in der Lage, Lignin abzubauen und innerhalb der Pilze eigentlich nur, soweit ich weiß, die Weißfäulepilze, das sind die, die dieses Lignin kaputt bekommen und ein solcher hat sich hier eingenistet und das erkennt man jetzt eben an der namensgebenden Weißfäule. Das Holz verfärbt sich in Richtung hell, in Richtung weiß, weil eben die braune Komponente des Holzes abgebaut wird, das Lignin. Und was übrig bleibt, ist bloß noch Zellulose und die ist bekanntermaßen, wie ich gerade gesagt habe, farblos und darum kann man dann relativ schön erkennen, dass man es hier mit einem Lignin zersetzenden Pilz zu tun hat. Könnt ihr also selber mal im Wald suchen, ob ihr braunfäulepilze findet, die machen das Holz braun beziehungsweise das Holz zerbröselt langsam, aber bleibt braun oder ihr habt es mit einem Weißfäulepilz zu tun, da sieht das Holz so aus, als sei es noch stabil, ist es in vielen Fällen auch noch eine ganze Zeit lang, aber es wird immer weißer, immer weißer, immer weißer, bis dann irgendwann die Lignin-Komponente vollständig fehlt und dann die Zellulose wird auch irgendwann angegriffen und ebenfalls abgebaut. Ja, also ein sehr, sehr schönes Bild, da kann man viel dran erklären. Wäre natürlich noch besser, wenn man vor Ort wäre und dann könnte man noch dran klopfen und dran rumstochern und reinbeißen und dran lecken und ja, wer mag. Kommt gefälligst mit auf Exkursion, dann machen wir das alles. Also ihr, ich nicht. Also bevor das jetzt nach aggressiver Werbung klang, ihr müsst natürlich nicht mit auf Exkursion, das ist selbstverständlich. Nur wer mag. Eieieiei. Ich will doch immer nicht hier. Nicht, dass das jetzt jemand falsch verstanden hat. Egal. Machen wir trotzdem weiter. Nämlich, hier ist ein Tümpel. Und das sieht man auch recht häufig, dass die sich am Wegesrand befinden. Warum befinden sie sich da? Naja, meistens haben wir ja irgendein Gefälle im Wald. Und irgendwann wird dieses Gefälle unterbrochen von der Vorstraße. Also im Gefälle. Also links geht es tendenziell berghoch, rechts sehen wir nicht, aber da geht es tendenziell bergrunter. Und das führt dazu, dass das Wasser tendenziell von berghoch nach bergrunter unterwegs ist. Und dann fließt das da so lang und dann kommt da eine Vorstraße und da staut sich dann das Wasser. So, und da kann man dann teilweise, wenn man das dann möchte, tatsächlich solche kleinen Miniaturfeuchtbiotope ausgraben, ausheben, um eben solche zusätzlichen Tümpel im Wald wirklich anzulegen und die zu bevorzugen und dafür zu sorgen, dass es die gibt, die würden ein Stück weit auch von alleine dank Straßenbaumaßnahmen entstehen, muss man dazu sagen, das ist hier wirklich ein positiver Nebeneffekt einer Vorstraße. Das gäbe es so erheblich seltener, wenn wir nicht hier und da durch Straßenmaßnahmen mal für verdichteten Boden sorgen würden. Und davon profitieren dann diese kleinen schwarzen Gesellen. Ich bin jetzt nun bei weitem kein Experte für Kauquappen, aber ich vermute, das könnte die Erdkröte sein, schlicht und ergreifend, die hier leicht produziert und dann Kauquappen hat hochkommen lassen. Aber das ist, also Angabe komplett ohne Gewehr und erzählt das bloß niemandem weiter, dass ich da überhaupt was zu gesagt habe. Ja, aber worum es mir hier im Wesentlichen geht, ist einfach nochmal darauf kurz, darauf hinzuweisen, die Bilder sind übrigens von mir selber ausnahmsweise, habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht mehr. Jetzt habe ich es gesagt. Einfach, dass auch eine Vorstraße, die ist manchmal für was gut. Jetzt muss man allerdings der Fairness halb auch noch dazu sagen, so ein Feuchtbiotop direkt neben der Straße ist aus straßenbaulicher Sicht relativ blöd, weil das Wasser sorgt dafür, dass dann auch die Straße selber im Untergrund immer relativ vernässt ist. Und wenn du da mit einem 40 Tonner drüber fährst, dann hast du halt früher oder später an der Stelle ein Loch oder eine Bresche in die Straße gefahren, die musst du dann relativ teuer sanieren. und ja, da ist es dann nicht so ganz einfach, das richtige Maß zwischen Feuchtbiotop und Straße, tatsächlich die lange hält, zu finden. Aber das ist vielleicht noch ein schöner Abschluss, einfach, dass wir nochmal uns ein bisschen Gedanken gemacht haben um diese Tümpel am Wegesrand. Die sieht man ja wirklich häufig. Je nachdem, wo man unterwegs ist, ist das ein recht oft anzutreffendes Gedöns. Ja, so heißt das. Genau. Also, das wär's gewesen. Heute mal wieder mit herausragender Rhetorik meinerseits. Eieieiei. Und ich bedanke mich bis zum nächsten Mal. Dann seht ihr mich auch wieder und hört mich nicht nur. Macht's gut und tschüss.